Hallo und so ein schönes dabei bist. Wir spielen eine Runde Minecraft Red Wars auf der Karte Steampunk. Meine Lieblingskarte tatsächlich. Bis jetzt noch mit vollen Mates. Ich weiß nicht, wie gut die sind. Ich sollte mir vielleicht echt noch wieder den Titus ranholen. Das ist ja eine ganz gute Entscheidung. Aber gut, kann ich jetzt leider auch nichts machen. Der ist nämlich... Ich weiß gar nicht. Ich könnte eigentlich mal nachgucken, ob der da ist. Dann werde ich die nächste Runde einfach für heute Mittag, weil jetzt zwei Videos am Tag kommen, mich einfach mal für heute Mittag vielleicht arrangieren. Beziehungsweise Nachmittag, kommt gleich drauf an. Okay, das war jetzt nicht so schlau geigelt, aber macht ja nichts. Okay, wir sind einer der Ersten, nicht die Allersten. Dead Knockback, ganz ehrlich. Jetzt haut ihn aber bitte auch runter. Jungs, macht grün tot. Macht grün tot. Naja, auch ein tolles Satz. Gut. Es gibt nicht so viel zu sagen, außer, dass ich jetzt vielleicht zwei Videos gleich noch hochladen werde. Nach dieser Runde. Ähm, die haben sehr schönen Kontext und passen auch sehr gut zusammen, finde ich. Ähm, muss man sich einfach mal angeguckt haben. Also wirklich, das soll jetzt keine Video-Empfehlung direkt sein, aber eigentlich schon, weil das ist echt lustig eigentlich. Wenn man den Kontext überhaupt versteht. Ich labere halt ziemlich viel Dreck dazwischendurch immer. Also, naja. Ist halt schon relativ lustig. Nein, der hat ein Schwert. Mist. Boah, ich dachte gerade, unser Bett wäre weg, ne? Und das wäre auch so obvious gewesen, wenn unser Bett nur weg gewesen wäre. Genau in dem Moment natürlich auch, wo ich runterfalle. Aber egal. Ist ja nicht weg. Also muss man sich über dieses Thema gar keine Sorgen machen. Gut. Ich habe endlich mal wieder Hintergrundmusik auch am Start. Die richtig eingestellt ist. Ohlala. Richtig eingestellt. So was gibt es doch hier gar nicht. Ähm, doch. Tatsächlich habe ich mir mal die zwei Minuten genommen, die das dauert und meine Hintergrundmusik richtig eingestellt, weil ich es auch selber ein bisschen angenehmer finde mit Hintergrundmusik zu zocken. Ähm, vor allem mit Mietkraft. Wenn man jetzt League of Legends spielt, gut, dann hat das eigene Musik, die muss man jetzt nicht umsiegt. Ja. Ja. Bester Mate. Ich habe, glaube ich, echt Ausnahmefall gute Mates. Und der hat der Equipment. Oh man, er spammt einfach nur noch. So eine Pusty. Aber egal. Das läuft ganz gut. Ich habe zum ersten Mal seit Monaten wirklich gute Mates. Zumindest einen. Ja, wir haben echt die geilsten Mates. Blaney. Ich wusste, dass du es schaffst. Die gute alte Blaney-Schnitte von Revi, die musste es ja schaffen. Okay. Das ist jetzt richtig geil. Ich habe so lange keine guten Mates gehabt. Und jetzt. Jetzt kann der sagen, dass ich scheiße war, weil ich nichts geschafft habe. Aber gut. Ich habe mir mal Angriff geholfen. Das reicht ja wohl. Um krass zu sein. Okay. Jetzt bloß nicht das Bett verlieren. Ähm. Das wäre irgendwie sad, wenn wir das jetzt verlieren. Ich meine, wir führen so krass. Was Team. Okay, da läuft unser Spitzenreiter sozusagen. Okay. Zwei grüne sind noch alive. Warum haue ich ihn denn nicht? Mann. Ich werde nochmal eben neue Musik anmachen. Wir nehmen... Aber warten wir das vielleicht mit dem Essen. Das nehmen wir einfach mal. Gut. Aber wir sollten es eigentlich noch gewinnen. Es ist jetzt erst eine kurze Runde. Deshalb, ich muss eigentlich gar nicht... Ich habe es gar nicht eilig zu gewinnen an sich. Ich könnte mir jetzt nochmal Equipment holen. Denn ich wollte hier die Runde... Oh Mann. Sterbt nicht so schnell. Wir haben nur noch drei Gegner. Ich will gar nicht wissen, bei welcher... Oh. Das war ein komisches... Ähm. Naja. Wir haben nur noch drei Gegner. Und ich wollte die Folgen ja irgendwie auf 15 Minuten mal strecken. Weil ich jetzt ein krasses Internet habe. Und mit dem kann ich auch krasse Videos hochladen. Aber irgendwie... Jetzt wo man langere Runden will, kommen sie irgendwie nicht mehr. Oder es kommen halt so Bastards, wie ihr gleich seht. Beziehungsweise nein. Eigentlich sind es keine Bastards. Sondern es sind einfach... Kack-Spieler. Ja. Das trifft ganz gut. Ähm. Denn... Ja. Und die Erklärung findet ihr dann halt in diesem Video. Möchte ich euch jetzt nichts vorenthalten, wenn ihr das anschauen wollt. So. Das war ein sehr lautes Auto. So. Jetzt haben wir aber echt krasses Equipment. Ich glaube aber, der eine Grüne, der überhaupt Equipment hatte, ist gerade gestorben. Bei dem Versuch, hier irgendwas zu reißen. So. Es lebt noch ein blauer und ein grüner. Okay. Der blauer hat unseren auf jeden Fall mal gereckt. Unseren Blaney. Äh. Der Typ ist bester Mann. Mal gucken, wie ich die Folge nenne. Oh. Oh. Schade. Okay. Der letzte müsste ja hoffentlich bei sich zu Hause irgendwo sein. Können wir das nochmal woanders hinzulaufen? Äh. Bist du hier? Bilo? Bobo? Bimbo? Hallo. Bimbo. Wer ist denn der? It's YouTube PvP Pro. Oh mein Gott. Er ist so groß. Krass. Mein ich. Hä? Was? Wie denkt man sich so einen Namen aus? Ich glaube, der hat diese Anleitung von dem einen Typen befolgt. Wobei, da fehlt der Name irgendwie drin. Äh. Gut. Dann machen wir mal. Do, do, do. Heißt das Lied an? Oh. Do, do, do. Warum ist das überhaupt lustig? Okay. Geil. Wir haben innerhalb von sechs Minuten gewonnen. Warum so schnell? Warum habt ihr es so eilig? Naja. Dann kommen jetzt halt noch zwei andere Videos danach. Direkt nach diesem. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.